W-U-S-S-C-H oder von mir aus auch mit S-H Ja, meinst du, Tassi, willkommen zurück zu, äh, ja, wie, 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 wie geht's weiter, ne? Ähm, wir haben immer noch unfassbare Lautstärke, die meine Ohren zerstören, dieses Spiel ist unfassbar laut, dass ich nur kund, und ich weiß nicht warum. Ich hab einfach keinen Plan. Wir, äh, haben in der letzten Folge tatsächlich die Karte vergessen, hier. Äh, haben tatsächlich Leute gerettet, ne? Das passiert immer hier und da, ne? Zwei Stück dürften es gewesen sein. Ich denke mal, da ich heute nicht so viel Zeit hab, ne, werden wir mal versuchen, mhm, noch ne Person zu, noch ne Person, noch ne Persona zu saven. Vor allem seh ich gerade, die Crew, Violet haben wir gerettet, und Victoria. Victoria scheint die Letzte gewesen zu sein. Warum auch nicht? So, gehen wir mal hier oben her. Bei den, ähm, ja, den Wack-Shit, den unwichtigen Wack-Shit hier, den, äh, der sowieso nichts beinhaltet, den zeig ich euch ja meistens sowieso nicht. Oder, wer schneller das? Weil hier halt nichts geschieht. Kann ich mal hier mal ganz oben so? Ah, da gibt's wahrscheinlich die blaue Ebene, ne? Möglich. Muss aber nicht heißen, dass es auf jeden Fall hingeht. Doch, hier ist was. Oh, ja, cool. Oh Gott. Ey, das ist jetzt schon schwierig, du. Cool? Sehr schön. Ich hab in den Kommentaren gelesen, ihr habt das sehr schnell aufgenommen, das Spiel, ne? Ach, das ist mir das nicht gut, okay. Brauchen wir nicht. Shiny Trinket. Ähm, ihr habt das sehr gut aufgenommen. Das freut mich auch tatsächlich, weil ich eigentlich dachte, okay, das ist eher so ein Nischen-Game hier, das hier, ne? Da würde sich wahrscheinlich die, ähm, große Masse nicht rumscheren, ne? Also, die große Masse, ha. Aber, ähm, ja. Das fängt schon wieder gut an, ne? Und jemand hat auch geschrieben, dass er sich ja absolut darauf freut, wenn ich weiter im Spiel komme und dann mich richtig aufregen werde, ne? Oder so in der Art. Das wird ein schöner Moment, wenn das passieren wird, ne? Aber weißt du, was ein viel tollere Moment ist? Wenn ich das Spiel fertig hab. Wenn ich das durchgespielt hab. Oh. Und hab ein Teleport. Ach, oh, die Monitore will ich jetzt mal aufbauen, ne? Research-Notes. Mit, äh, just a small modification to the usual per meters, we were able to stabilize an infinite Tunnel. Aha. Okay, das sind also diese komischen... Geh mal da hin, weil da könnte was sein. Ich denke mal, das sind Trinkets. Höchstwahrscheinlich, hier kann ich mich zurück teleportieren. Ja, ist jetzt nicht nötig. Ich gehe einfach nochmal, ähm... Warum sollte man sich hin teleportieren, frage ich mich. Ich kann nach links gehen. Oder ich gelte rechts weiter, äh, erkunden, ne? Ja, ohne Möglichkeit. Wie gesagt, ich hab halt heute... Was heißt heute? Eigentlich nicht so viel Zeit. Deswegen würde ich halt gerne irgendwo hingehen. Damit ich... Oh, das war Glück, dass da eine Plattform war. Hier, guck mal, solche Einkerbungen sehen wir schon direkt danach aus. Als würde da irgendwie was sein. Oh, nein... Ja, wieder Teleporter. Ich finde nur Teleporter, habe ich das Gefühl. Nein, ich möchte weiterspielen. Dankeschön. Our first breakthrough was the creation of the inversion plane, which creates a mirrored dimension beyond the given event horizon. Mhm. Er sagt, er hat das, glaube ich, schon gefunden. Er holt die sich jetzt oder wie? Das ist natürlich komisch. Warum hat er das gesagt? Hier ist auch eine stabile Wand. Okay, dann gehen wir jetzt mal einfach ganz simpel. Ja, da will ich hin. Oh. Das sieht schon mal gut aus. Blau. Gelb. Pink. Blau. Rot. Schau, wieder ein Teleporter. Das ist jetzt der roter Abschnitt. Das sieht mir nach Eis aus, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. The Tower. Ich mag den Tower nicht. Aber da wollte ich zu schnell gehen, sehe ich gerade, weil da oben war ein Stacheln. Okay. Also bisher bis jetzt gefällt es mir, wollte ich gerade sagen. Bis dahin. Warum? Alter, warum habe ich mich denn in die Starn geschmissen? Oh mein Gott. Mir gefällt das, glaube ich, noch nicht so. Wenn man zu schnell ist, oh Gott. Wie soll ich denn die Scheiße holen? Ja, gut, okay. Ne, 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 ne. Komm, komm, komm. Oh, lol. Okay, das war hart. Das war hart. Hathilfe. Äh, ich glaube, ich muss jetzt abwarten, ne. Oh Gott, ich kann den Checkpoint nicht nehmen. Aber gut, das Trinket bleibt ja trotzdem einem. Bis jetzt nicht. Frech. Frech, aber ganz frech. Da holen wir jetzt den Checkpoint. Ja gut, aber das Trinket, weil wir jetzt einmal angesammelt haben, das ist ja Celeste Logic, sage ich mal. Aber ich habe das mal noch viele Indie-Games. Ich glaube, das machen viele Indie-Games so, dass man, ähm, die Collector-Bilds nicht mehr einsammeln muss, wenn man sie quasi einmal berührt hat und, oder auch im Boden gelandet ist oder so ein Wackshit. Aber hier ist es ja noch einfacher. Du behältst es halt so oder so. Das ist ja ganz schön nett. Okay, warum würde ich das wollen? Siehst du? Wahrscheinlich will ich da hin. Und jetzt habe ich mir das verkackt, ne? Ja. Wobei. Okay, jetzt habe ich mich nicht... Ja gut, jetzt ist es vorbei. Ich habe eben gedacht, vielleicht hätte ich es doch noch cheaten können quasi. Ich muss hier abwarten. Ne, ich muss aber hier hin. Ich muss schon mal hier hingehen, um das Collector-Bilds zu sammeln. Oh, da war ein Pfeil. Ich glaube, ich habe es halt auch gesehen. Aber ich muss warten. Oh mein Gott, knapp. Checkpoint, ja. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Läuft ja gut, ne? Abwarten. Ja, 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 ja. Ja. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Ja, das war... Kein Feingef... Kein Feingefühl. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, äh, der Tower ist nicht so schwer, ne? Vor allem, ich sterbe dann, wenn ich sowieso ein Checkpoint gebührt habe. Von daher... Ja, okay, das muss man besser machen. Wobei, nee. Also doch, ja. Aber so ist es einfacher, ne? Ja. Ja. Was ist das? Ja. Easy peasy. Captain. Ähm, ich bin glücklich, dich zu sehen. Also schön, dich zu sehen. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der, äh, ja, geflohen ist vom Schiff. Familien. Ich wusste doch, dass du okay bist. Na, also wie ist die Situation? Das ist mir ja echt zack. Ja, ich sehe. Okay, wir sollten wir besser zurück da angehen, ne? Wer ist ein Teleporter im nächsten Raum? Very good. Bin ich schön. Ja, aber das habe ich mir genauso vorgestellt. Das war halt ganz chillig. Einfach, ne? Immer nur einen retten. So, ich meine, das Spiel liegt anscheinend richtig kurz. Ich habe auch gesehen, äh, random. Ich habe, ich weiß nicht, wie das passiert, aber plötzlich habe ich irgendwas über wie, 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 wie gesehen, ne? Äh, 6xV. Auf YouTube irgendeinen Speedrun, der einfach nur 16 Minuten ging. Was? Wow. Wo sind wir? Äh, das ist nicht richtig. Irgendwas muss falsch gegangen sein mit dem Teleporter. Oh, äh, wir können ja zusammen, äh, hier irgendwie zusammenarbeiten, um zurück zum Schiff zu gelangen. Lass es uns, lass es, lass es uns, lass es uns erkunden. Okay, los geht's dann. Was ist das für ein Wackshit jetzt? Ich bin jetzt hier in der Floor, in der Bedingung der Welt. Achso, okay. Also, er geht uns quasi einfach nach, ne? Folgt mir. Aye, aye, Captain. Ja, Wackshit, ne? Ähm. Wir müssen wahrscheinlich warten. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich. Ja. Also, bewegt sich immer dann, wenn ich wieder zurück den Boden gehe. Ja, so. Ich denke mal, wir müssen ein Kompon... Okay, doch nicht. Das ist ein Checkpoint. Ähm, hey, we're in den... We're in den... How, äh, wie, ähm... Wie, wie kam es zu dem Crash eigentlich? Naja, ich weiß nicht wirklich, aber irgendeine Überlagerung. Irgendeine Verschiebung. Oder, oder... Oder ein Fehler an sich. Oder, ähm... Irgendwas wissenschaftliches. Oder so. Das ist nicht wirklich mein... Mein Gebiet. Ah, na gut. Denkst du, wir sind in der Lage, das zu fixen? Und nach Hause zu gehen? Ah, natürlich. Alles wird wieder gut sein. Okay, cool. Aber ich muss immer dann loslassen, quasi. Ja, damit hab ich jetzt... Ich wollt' sagen, chill mal bitte. Ist er tot? Ich dachte schon, Alter. Also, nee, nee. Er ist also doch anders, ne? Genau. Okay, ich verstehe. Er bewegt sich immer, wenn wir hier uns bewegen, ne? Also, also auf dem Boden, quasi. Warum hat er so ne... So ne... So ne... So ne... Verzügerung? Was soll das denn? Jetzt. Er kann ja nicht gehen, so. Er ist ja geistig. Dumm. Kennt ihr noch das gute alte Geschwind... Kann ich ihn auch so machen? Pass auf. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt. Und? Jetzt. Ja, geht gut. Oh, er hat den Checkpoint aktiviert. Hallo nochmal. Ist alles gut? Ich denke schon, aber... Ähm... Äh, äh, äh... Ich will wirklich zurück zum Schiff. Wir werden okay sein. Äh, wenn wir den... Einen Teleporter irgendwo finden, sollten wir in der Lage sein, zurückzukommen. Ich denke mal schon... Geht weiter? Oh nein, ich weiß, was... Was wir tun sollen, oder? Ne, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich habe es falsch eingeschätzt. Ich hoffe, das geht es nicht so lang. Wo? Nein! Er hat sich bestimmt bewegt. Wird er reingerannt, ne? Zum Glück hat er Verzögerung. Scheiße, Alter. Wann hab ich jetzt nicht gerechnet? Okay, also, das Einzige ist halt die Checkpoints, sag ich mal, das Große, woran man sich quasi gewöhnen muss, ne? Ist halt jetzt nicht mal, nenne ich so wirklich dieses, wie bei der End ist Nein, ne? Das spiele ich auch, sag ich nicht. Tatsächlich ist es auch schwer, ne? Aber bei der End ist Nein, also, ne, je nachdem, wie man es definiert. Ähm, warum mach ich das gerade schon wieder? Die Sache ist, ne? Die Sache ist, warum bin ich... Oh Gott, ähm, das ist immer so, wenn du im Screen stirbst, fängst du am Anfang vom Screen wieder an einfach, ne? Ja, okay. Lebendig bleiben ist immer gut. Ja, ich dachte mir schon. Ah! Er ist auch wirklich einfach zu schnell, er ist zu übelig. Ah, ne, er geht immer nur ein Stück, ne? Oh mein Gott, das war wieder knapp. Checkpoint? Checkpoint. Ähm, sind wir bald da? Ne, wir kommen immer näher, denke ich mal. Also, ich hoffe's. Okay. Warte, wenn das schon wieder so, dieses, ich hoffe's, das gefällt mir aber nicht. Äh, oh Gott. Ja, das sag ich mir schon, ich muss wahrscheinlich dann von unten da hingehen, ne? Und zwar so. Kann ich aber durchrennen, so? Pass auf. Einfach gehen, einfach gehen, komm. Nicht einfach. Nicht einfach. Oh mein Gott, das ist richtig scheiße, Leute. Ja, ja, ja. Scheiße, was mach ich denn da? Ich muss da unten hin, in die Ecke. Trigger? Trigger? Oh yeah. Ja. Okay, ist durch. Wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich. Hab ich gesagt, ne? Ich hatte recht. Wusch. 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 Bäm, 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 bäm. Ja, ich warte zu lange. Oh mein Gott. Was ist das? Wenn danach kein Checkpoint kommt. Wenn ich den Screen durch habe und da ist kein Checkpoint. Dann weine ich. Oh, es ist ein Checkpoint. Äh, ich, äh, frag mich, wo wir sind. Sowieso, also, so, ne, nebenbei mal. Äh, das sieht, oder das wirkt, äh, anders von der, von der Dimension, wo wir gecrasht, wo wir reingecrasht sind, irgendwie. Na, ich weiß nicht. Aber, ähm, wir müssen nah am Teleporter sein. Bei, also, ne, vom jetztigen Standpunkt aus. Und direkt falle ich in die Tote. Aber vorher wäre kein Chippoint gewesen. Was ist das jetzt schon wieder? Oh nein. Und ich kann denn sterben, ne? Äh, was war... Was? Nein, 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 nein. Ich solle nicht dann quasi in die Zielgerade, sag ich mal, springen. Und dann mich umdrehen und den Weg zurückgehen, damit er quasi von selbst da reinjumpt. Ich denk mal, warum hab ich den Knopf gedrückt? Warum hab ich den Knopf gedrückt? Es gibt keinen Grund, warum ich den gedrückt hab. Also doch, ich hab'n gedrückt. Aber warum hab' ich den gedrückt? Das frag' ich mich gerade. Ne, ich kann mich da ja gar nicht drehen. Ich muss mich... Ich muss mich am Dingster drehen. Am Screen-Ende. Ja. Alter, es nervt! Oh mein Gott. Wie kann man denn... Wie kann denn ein... 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 Ein Screen... Ich mein, okay, der eben... Der war ja... Der war ja... Da muss man einfach lernen, ne? Aber... Der hier! Pass auf. Wusch. Das nervt. Das nervt einfach, wenn's nicht funktioniert, weil man die ganze Zeit stirbt. Ja, sehr schön. Bam. Zu langsam. Also vom Controller abgerutscht. Tatsächlich. Sehr schön. Es ist... Es ist belastend. Es ist halt... Es ist nicht nur belastend. Alter, wenn du nicht funktionierst, spielen, ne? Das heißt... Das Spiel ist ja nicht... Alter, ich muss funktionieren. Das ist das Problem hier. Ohohoho. Ich bin kurz davor zu explodieren, ne? Ich bin kurz davor zu explodieren. Es muss nicht mehr viel fehlen. Pass auf. Wusch. Warum hat das nicht geklappt? Sag mir warum. Wir müssen, glaube ich, bis zum bitteren... Ja, hinteresten Eck. Boah. Warum hängen die Stacheln da? Wusch. Wusch. Alter, wusch doch. Ich habe Wusch gesagt. Wenn es Wusch heißt, dann muss es funktionieren. Verstehst du das nicht? Es ist doch nicht so einfach. W-U-S-S-C-H. Oder von mir aus auch mit S-H. Oder... Wusch. Wenn wir hier bitte zum Wanker... Oh, zum Wanker genau, ja. Zum Wanker oder wie? Das Spiel hat Spaß daran. Das Spiel hat Spaß daran, zu zeigen, dass es schwer ist, ne? So. Ich muss da stehen bleiben. Ich muss einfach da stehen bleiben. Das Ding ist, es ist, glaube ich, nicht mal... Oh mein Gott, der Wack-Shit. Es ist nicht mal der Wack-Shit, ne? Es ist nicht mal so, dass das... Dass man da irgendwie krasse Moves machen muss. Bis zum Ende. Jetzt, pass auf. Was ist da? Seht doch. Funktioniert doch! Oh, war das Problem! Die vorne behind. Ich gebe dir gleich behind, Alter. Ich habe das falsch gemacht. Doch nicht. Ich dachte schon. Alles gut. Ich beschweige mich nicht. Alles gut. Teleportiert. Dankeschön. Oh, wir sind da. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Äh, lass uns jetzt zurück zum Schiff gehen. Bitte. Bitte. Ich möchte, dass ihr das beendet habt. Bitte. Ich möchte nicht mehr solche komischen Zwischendimensionen. So diese grauen Zwischendimensionen. Ich will sie nicht nochmal erleben. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das ging jetzt 32 Minuten. 32. Obwohl ich dachte, diesmal langsam und kurz und wenig. Ha! Ich bin gespannt. Bleibt münzig und gesund und, ähm, immer schön Wasser trinken. Ja, genau. Tschüssi, Sikowski! Ooh, schon. Das ging jetzt. Ja, genau. Genau. Wir sehen uns beim Schiff. Ciao. Tschüssi, Sikowski! Wir sehen uns beim Schiff. Tschüssi! Tschüssi, Sikowski!